Der schreibt, nach der Applation meiner Extrasystolen habe ich anstatt 12.000 in 24 Stunden nur noch eine Handvoll Extraschläge. Über das Ergebnis bin ich sehr glücklich. Übrigens hier die Möglichkeit, den Extrasystolen mit einer Applation zu begegnen, geht oft, aber tatsächlich auch nicht immer, weil man nicht immer am Herzen direkt sehen kann, wo man mit einer Applation einen Erfolg erzielen könnte. Es gibt verschiedene Verfahren von Applationen, es gibt Kältetherapien, es gibt elektrische Therapien, die man anwenden kann. Das macht man in der Regel in einem sogenannten Herzkatheterlabor, wo man über ein großes Gefäß im Oberschenkel, in der Innenseite, dann entsprechend mit dem Schlauch über die Veniokava inferior, dann nach oben geht, ins Herz reingeht. Und das ist ein insgesamt sehr, sehr sicheres und sehr verlässliches Prozedere. Das hört sich dann immer dramatisch an. Wir müssen da eine Applation im Herzkatheterlabor mal überdenken. Also lasst euch da in Ruhe beraten, geht auch vielleicht nochmal mit euren Sorgen oder Unsicherheiten auf den Arzt zu, wenn er sowas vorschlagen sollte. Und es ist tatsächlich so, dass die Rückmeldungen, dass die Applation eine Erleichterung im Leben eines Menschen gebracht hat, die sind deutlich höher, als dass dann jemand sagt, ja, ja, da war eine Applation, aber es ist immer noch nicht gut. Gibt es natürlich auch, dass man bei einer Applation vielleicht nicht unbedingt den richtigen Punkt trifft oder eben auch den richtigen Punkt trifft, aber der richtige Punkt gar nicht so viel dann bewirken konnte, umso guter, dass es hier beim Fahrfahren einmal ganz gut funktioniert hat. Allerdings habe ich in unregelmäßigen Abständen mal drei bis vier Sekunden, in denen das Herz komplett durcheinander schlägt. Trotzdem im MRT im Juli und CT im Oktober diesen Jahres habe ich große Angst, ventrikuläre Extrasystolen zu haben, VTs, VEs, und somit Angst vor einem plötzlichen Herztod. Was kann ich tun? Im Februar möchte ich nach Japan reisen und habe große Sorgen, dass im Flieger eine solche Rhythmusstörung auftreten könnte. Ich habe eine Erklärung, wie es zu solchen kurzen Störungen kommt, die nur alle paar Monate mal vorkommen. Ich habe in den Situationen durchaus schon Kuplets aufgenommen. Es gibt Triplets und Kuplets, das sind eben diese Rhythmusbilder, die man da beobachten kann. Da ich natürlich erstmal die Aufnahme starten muss, habe ich keine Ahnung, wie viele dem schon vorausgegangen sind. Genau, wollte ich gerade sagen, du meinst nicht die ventrikulären Extrasystolen, es gibt die superventrikulären und die ventrikulären, du meinst den Status der ventrikulären Tachycardie. Es ist halt so, du hast ja schon seit längerer Zeit mit dieser Kiste Probleme. Und was ich jetzt bei dir, und das sehe ich natürlich bei dir als Zuschauer auch nur immer in kleinen Ausschnitten, weil ich halt dein Profilbild irgendwo kenne, weil ich diese Mütze immer wieder erkenne, weil ich den Namen wieder erkenne und aus diesem wenigen, was ich von dir jetzt weiß, und das könnt ihr natürlich exemplarisch auf alle anderen Zuschauer, auf alle anderen Symptome und Beschwerden übertragen, ich bekomme von dir im Prinzip jetzt erstmal nur ein Bild mit, wo ich natürlich eine gewisse Ableitung vollziehen kann, wie viel trainierst du an deiner mentalen Ebene. Wir reden ja hier in Bezug auf ganz, ganz viele Dinge eigentlich immer nur über Konditionierungsprozesse. Das heißt, einmal, deine Symptome sind wahrscheinlich die Folge davon, dass du dich unbeabsichtigt einem Konditionierungsprozess ausgesetzt hast, der für deinen Kopf aber funktioniert hat und du jetzt da in einem teils extremen Zustand mit drin bist. Wir wollen letztlich auch Konditionierungsmuster herausarbeiten können, erkennen können und dann natürlich in die Rekonditionierung gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass, das macht ja auch immer Sinn, wenn wir irgendeine Chance darauf haben, einen körperlichen Zustand auf der körperlichen Ebene zu lindern, zu mildern, dann sollten wir das unter Abwägung von Risiken und Nutzen auch immer einmal so vor Augen führen, ob das nicht sinnvoll ist. Eine Applation ist natürlich ein Eingriff, der hat Risiken, so wie jeder Eingriff Risiken hat, die sind aber sehr überschaubar. Und eine Applation hat damit auch für den Betroffenen relativ große Vorteile. Und das ist auch etwas, wenn du jetzt zum Arzt gehst als Betroffener, generell von Exosystolen, von Herzstolpern, von Herzneurose und sagst, ich habe die Angst, dass ich da was haben könnte, dann ist ja eine Applation nicht das Erste, was der Arzt dann empfiehlt oder vorschlägt, sondern eine Applation ist im Prinzip das Letzte, was jemand da mal vorschlägt. Also so müsst ihr das natürlich auch sehen. Und wenn jetzt einem Betroffenen, hier lieber Fafan, geholfen werden kann über eine Applation, dann geht ja auch der Push weg, dann geht ja auch die Notwendigkeit zurück auf der mentalen Ebene an etwas zu arbeiten. Und man muss jetzt schon sagen, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen provokant an, aber auf deine Frage, was kannst du jetzt machen, würde ich sagen, im Prinzip erstmal das, was ich dir die letzten zwei Jahre auch schon manchmal vielleicht direkt, manchmal aber auch indirekt empfohlen habe. Weißt du, der Punkt ist der, wir stellen uns ja oft die Frage, wie lange dauert das denn, bis es mir wieder gut geht? Ja, ich habe jetzt seit drei Jahren das, wie lange brauche ich denn, bis ich das wieder rum habe? Unser Kopf reagiert halt weniger stark darauf, wie lange etwas angelegen hat. Unser Kopf reagiert stärker darauf, wie oft der Einfluss gekommen ist, gerade wenn es um Veränderungsprozesse geht. Geht es nicht darum, wie lange kannst du dich jetzt auf den einen Gedanken fokussieren, mir geht es gut, ich bin gesund, mein Sonnengeflecht ist mit dem Universum verbunden, sondern wie oft du solche oder ähnliche Affirmationen im Kopf eben auch durchgehst. Und da fehlt mir im Moment ganz einfach eine, ich sage mal, konkrete Erfahrungsebene von dir, wo ich jetzt abschätzen könnte, okay, du hast schon die Dinge gemacht, da bist du so und so weit gekommen, da bist du scheinbar noch nicht so weit gekommen, da müssen wir also noch so ein bisschen hinterher, weißt du? Es ist ja mehr oder weniger so etwas wie ein Puzzle, von dem ich im Moment weiß, ich habe dir alle Teile, die du brauchst, gegeben, jetzt mal so in der Theorie, und ich weiß ja noch gar nicht, welche Puzzleteile hast du schon ausgelegt. Deshalb würde ich gerade nochmal versuchen, deine Frage im eher Allgemeinen auch zu beantworten, die da lautet, ein Symptom, wie auch den Extraschlag hier wahrzunehmen oder eben auch viele Extraschläge wahrzunehmen oder auch ein Herzstolpern wahrzunehmen, wo man eher das Gefühl hat, man hat so eine Palpillation, die von unten so bis unter das Kinn schlägt. Das ist da meistens eine ausgebliebene Herzaktion, für den Körper vollkommen unkritisch, aber in der Aortenfüllungsphase kann deutlich mehr Blut eintreten, als das vorher der Fall war, weil die einmal durch das Windkesselprinzip, alles drückt sich weiter, ein bisschen zusammengefallen ist, der nächste Herzschlag pumpt die wieder auf, Puff, Schlag bis unter das Kinn. Was denkt dein Körper darüber? Überhaupt nichts. Was denkst du darüber? Oh Gott, was war denn das jetzt gerade? Und wir müssen immer zu dem Punkt kommen, viele Menschen erleben Extrasystolen, viele Menschen geben da überhaupt nichts drum, weil sie halt nicht per Zufall eine sehr negative Bewertung mal darauf bekommen hatten. Bei den anderen ist es aber so, dass vielleicht in dem Moment des Erlebens eine sehr unangenehme Bewertung gekommen ist oder eben generell auch so ein Befürchtungsaspekt eine gewisse Rolle spielt, wo man dann eben auch sagen kann, dann setzt sich diese Bewertung auch fest, entweder bewusst als Denkprozess in der Kognition oder eben auch mit der Zeit, dass eben ohne kognitive Beteiligung, also ohne, dass du denkst, was war das denn jetzt, in deinem Kopf direkt der Alarmismus aber wieder reinkicken kann. Und dann hängen wir nachher in ganz krassen Symptomen, die aber letztlich weniger davon leben, dass du in krassen Symptomen hängst, sondern viel mehr davon leben, dass du mit diesen Bewertungen von früher oder von jetzt gerade eigentlich zu kämpfen hast. Das ist dann unser Aufgabengebiet, um das wir uns dann auch stärker kümmern sollten. Und letztlich würde ich sagen, was solltest du machen? Dein Problem sind nicht deine Handvoll Extrasystolen, dein Problem sind die damaligen, untäutigen oder damaligen Bewertungen, die auf heute immer noch eine Relevanz haben. Und du wirst vermutlich noch nicht deine Bewertungen so weit umtrainiert haben, sodass du eine wirkliche Veränderung bei deiner Symptomwahrnehmung wahrnehmen kannst. Und ein ganz wichtiger Punkt auch noch mit dazu, wenn du an dieser Bewertungskiste letztlich auch am Ball bleibst, dann ist es natürlich auch wichtig, das ist eine der Aussagen aus diesem allerwichtigsten Video, zum Thema neue Datenautobahnen aufbauen, Straßenbau wird am besten dann betrieben, wenn das Verkehrsaufkommen gering ist. Das heißt natürlich jetzt auch, du musst deine anderen, neuen, im ersten Schritt nur ein Ticken weniger belastende Bewertungen auf deine Extrasystolen, die ja Gott sei Dank noch selten auftreten, so oft trainieren, vor allen Dingen, wenn du gerade keine erlebst. Dann geht es natürlich auch wieder um deine Befürchtungen, weil im nächsten Moment könntest du natürlich auch die Befürchtung haben, ja, aber was ist, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit in meinen Affirmationen damit beschäftige, wo ich neue Datenautobahnen trainiere und triggere damit ja dann die ganze Zeit das Thema. Und ich sage, gute Befürchtungen, schreib sie auf. Also wir sind ja auch in einem durchaus komplexeren Umfeld, wo wir sagen, du musst ja auch anfangen, dich so und so mit deinen Befürchtungen auseinanderzusetzen. Und wichtig hier, du schreibst noch mit dazu, also das medizinisch weiter zu verfolgen, macht nach MRTCT vermutlich keinen Sinn. Ich will nach solchen Erlebnissen direkt wieder zum Arzt rein. Ja, das ist der Punkt. Nein, eine weitere Abklärung, würde ich sagen, macht hier keinen weiteren Sinn, weil ansonsten hätten dir ja auch die Ärzte gesagt, bitte bleib in der Abklärung. Also die werden ja Kontrollen auch in Abständen machen, aber das macht man in der Regel nicht über MRT oder CT, auch wenn es ja strahlungsarm mittlerweile ist, sondern macht man vor allen Dingen über ein EKG, dass man sich nochmal anschaut, geht es deinem Herz dann soweit gut. Und deshalb brauchst du, so wie ich das jetzt bei dir herauslesen kann, nicht wieder zum Arzt zu gehen. Und du musst halt auch bedenken, der Weg zum Arzt ist für dich ja die Ersatzhandlung, die dir einen kurzfristigen, schnellen Erfolg bringt. Erfolg im Sinne von, oh, mein Kopf hört mit den Befürchtungen auf. Ich will jetzt einfach mal behaupten, du hast in den letzten zwei Jahren viel, wirklich Bullshit erlebt und noch nicht hinreichend an deiner Kompetenz gearbeitet, auf lange Sicht die eigenen Bewertungsmechanismen des Kopfes neu zu konditionieren, zu verändern, Bewertungsprozesse eben auch anzugehen. Und da musst du ansetzen, da kannst du aber auch ansetzen. Im Grunde genommen, gerade mal für deine Frage noch abschließend, finde ich das ganz spannend. Ich gehe mit dir als Zuschauer, als Betroffener ja in deine Situation dran, dass ich sage, unser Körper und unser Kopf können im Prinzip alles, haben auf alles eine Antwort. Und es ist nicht so, dass unser Kopf keine Antwort auf eine Depression hätte. Es ist nicht so, dass unser Kopf keine Antwort auf eine Angststörung hätte. Es ist nicht so, dass unser Kopf keine Antwort auf die Wahrnehmung von Extrasystolen hätte. Es ist die Antwort. Es ist die Antwort darauf, wie lebst du im Moment noch dein Leben. Und darum geht es nicht unbedingt, du hast einen falschen Job oder einen falschen Partner. Aber hier oben drin sind deine Bewertungen, deine Denkmuster, die von deinem Automatismus vorgegeben sind, die du Tag für Tag für Tag für Tag immer wieder erlebst. Das sind jetzt vor allen Dingen die Faktoren, die du dir erstmal mit reinziehen musst. und wir auf die Suche gehen dürfen, warum ist dein Erleben die Antwort darauf, was du in den letzten paar Minuten, Stunden, Tagen, Wochen erlebt hast. Blick nach vorne. Willst du nach Japan? Coole Nummer. Will mein Sohn auch unbedingt hin? Nintendo lässt grüßen. Nintendo Store. Nintendo Freizeitpark. Habe ich schon gesagt. Januar ist eine schlechte Zeit für mich. Es macht Sinn, dass du erstmal ein Ziel definierst. Wie soll es im Januar sein? Nicht, ja, mir soll es gut gehen. Das ist kein Bild für deinen Kopf. Du brauchst Konkreteres. Wenn du dann in diesem Konkreteren unterwegs bist, können wir vielleicht sagen, pass auf, das teilen wir jetzt nochmal durch 10 und nehmen uns erstmal nur die ersten 2, 3, 4 Schritte raus. Also wir bauen keine zu großen Ziele, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir sowieso nicht hin, sondern nehmen erstmal 30%. Versuchen damit zu arbeiten. Möglicherweise kommen wir dann doch relativ schnell weiter, weil wir so einen ersten Anpack auch haben. Dann definieren wir das. Okay, es ist in Ordnung, wenn meine negativen Gedanken auftauchen und ich möchte im Januar über die Kompetenzen verfügen, anders damit umzugehen. Das wäre jetzt gerade ein Ansatzpunkt. Wie kannst du in Zukunft anders damit umgehen? Und wenn du das im Januar erreichen möchtest, dann muss das im Januar ja quasi die Antwort darauf sein, was im Vorfeld gelaufen ist. Das heißt, wenn du im Januar merken möchtest, es kommen negative Gedanken hoch, du kommst aber auch leichter da dran, mit diesen negativen Gedanken einen Umgang zu finden, dann ist das eine Antwort darauf, wie du die letzten 2 Monate dein Leben gelebt hast. Und das Schöne ist, du kannst heute anfangen, damit zu arbeiten. Meine Grundempfehlungen, das sind natürlich genau die Dinge, die ich euch allen ja in diesen 2 Zusammenschnitten auch immer wieder empfehle. Also die ultimativen Grundlagen für dich, unten verlinkt. Und wer das noch weiter intensivieren möchte, Essential Video. Das findet ihr dann auf Selfie entsprechend mit verlinkt. Also lieber Fahrerfahren, du musst über deinen eigenen Schatten springen, dass du dir da einfach jetzt die Sachen nochmal zu Herzen nimmst, die du alle von mir schon mitgenommen hast. Und dann wäre meine Empfehlung, nimm dir nochmal diesen Fünferkombi, diese ultimativen Grundlagen für dich und machst Instandhaltung, Stören und Wünschenmanagement. Und du hörst auf, meine Videos zu gucken. Meinetwegen hör auch auf, die von anderen Leuten zu gucken. Aber hör mal auf, meine Videos zu gucken. Weil das Schauen meiner Videos wird dir deine Probleme nicht. Meine Videos zu schauen, ersetzt auch keinen Prozess, der bei dir Erfolgsaussichten mit sich bringt. Hör auf, meine Videos zu schauen. Und melde dich in einem Monat nochmal, sodass wir uns nochmal auf Januar kalibrieren können.